Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Normalerweise ist bei rezyklierten Produkten das ursprüngliche Material nicht mehr zu erkennen. Und man weiss zum Beispiel nicht, was mit so einer Getränkedose mal passiert. Ganz anders ist das bei der Rewatch, der Uhr aus Recyclingmaterial, wo Sie exklusiv bei GOB überkommen. Jede Rewatch ist ein einmaliges Sammelobjekt und einzigartig. In jeder Rewatch erkennt man die ursprüngliche Getränkedose und keine Uhr sieht aus wie die andere. Auch ein Teil des Armbands dieser Einzelstücke ist übrigens Recycling. Bei einzelnen Modellen stammt das Leder sogar aus dem Sitz einer nobelen Automarke. Die Rewatch-Kollektion wird laufend erweitert. Sie orientiert sich an Modetrends, aber auch an ökologischen Aspekten. Sie ist selbstverständlich bis 30 Meter wasserdicht und stossfest. Und auf das Schweizer Etat-Quarzwerk geben wir zwei Jahre Garantie. Das Rezept haben sich das mal unsere Kollegen von Cooperation, der Welschen Ausgabe der GOB-Zeitung gewünscht. Wie es heisst, verratet uns jetzt Armin Amrain. Und zwar, wie sich es in dem Fall gehört, auf Französisch. Gräume de Navi au Refours. Grüezi miteinander. Für die Rübe-Creme-Suppe ein Drittel der Herbstrübe in Würfel und den Rest in Scheiben schneiden. Die Würfel knapp bedeckt aufkochen lassen. Mit wenig Salz, Anken und Budezucker 10 Minuten kochen. Dann in den Suppenteller verteilen. Die übrigen Rüben 10-15 Minuten weich kochen lassen. Und mit dem Stadtmixer fein pürieren. Mehr Rätig und Doppelrahm dazugeben und nochmal aufkochen lassen. Mit Pfeffer, Salz abschmücken. Dill dazugeben. Und die Suppe über die Rübenwürfel anrichten. Zum Schluss Waschbröckchen-Scheiben drüber verteilen. Und mit dem restlichen Dill garnieren. Das Rezept für die Spezialität aus dem Kanton Friburg finden Sie in der Coop-Zeitung. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Die meisten von uns haben ja jetzt noch ein paar Tage frei. Mein Tipp für alle, die etwas Besonderes erleben wollen, machen Sie doch eine Reise in die Antarktis. Im IMAX Filmtheater im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern. Antarktika heisst einer der Filme, wo man dort auf der 25 Meter breiten und 19 Meter hohen Riesenleinwand bewundern kann. Lassen Sie sich mitreissen von den unvergleichlichen Naturschönheiten des geheimnisvollen Kontinents. Und entdecken Sie zusammen mit Pinguinen und Seeläuen die letzte Wildnis der Erde. Mit dabei haben bei diesem Abenteuer sollten Sie allerdings Ihre persönliche Go-Profit-Plus-Karte. Mit dieser ist der Eintritt für Kinder und Erwachsene nämlich 3 Franken günstiger. Eine Karte gilt für zwei Personen. Und zwar für alle Filmvorführungen im IMAX Filmtheater im Verkehrshaus Luzern bis Ende Februar. Ebenfalls mit der Go-Profit-Karte gibt es jetzt Kellogg's Max für 3,80 Euro und ein Haras Swiss Alpina zum halben Preis. Go-Profit Plus – Vorzeigen – sofort profitieren. Auch im neuen Jahr können Sie mit uns natürlich wieder sparen. Es geht jetzt darum weiter mit zwei Aktionen, die Sie bestimmt gut brauchen können. Ein Liter Sonnenblumenöl z.B. kostet nur 2,80 Euro. Und die Knorr-Suppe Cadizion du Jour im Beutel sind 50 Rappen günstiger. 56, 57, 58, 59… Nein, nein, nein. Ganz so weit sind wir natürlich noch nicht. Aber mit der Swiss Re-Watch werden Sie den Jahreswechsel heute Nacht bestimmt nicht verpassen. Herzlichen Dank, dass Sie auch am letzten Tag des Jahres sich Zeit genommen haben für das Go-Studio. Ich darf Ihnen im Namen des ganzen Teams einen guten Rutsch und ein gutes Neues wünschen. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch. Bis zum nächsten Mal.